Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Röntgen Phasmophobia. So, ich habe mal mein Equipment etwas aufgestockt. Ja, es gibt jetzt hier einen Thermometer und einen Crucifix. Denen ich habe in der Zwischenzeit mal so ein bisschen mit anderen gespielt. Die Aufnahmen davon werdet ihr aber leider nie sehen, weil ich leider vergessen habe nachzufragen, ob die damit einverstanden sind. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit denen. Aber ich probiere jetzt nochmal mein Glück alleine. So, machen Sie ein Foto vom Geist. Hindern Sie den Geist mit einem... Ha, ich habe es. Ein Crucifix. Finden Sie Beweise über natürliche Ereignisse mit dem EMB Reader. So, der eine hat mir nicht empfohlen, hier mir so eine super starke Taschenlampe zu holen. Dann hat er mir auch noch gesagt, dass ich drei Gegenstände tragen kann, statt nur zwei, wie ich immer angenommen habe. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los, ne? Hier, Thermometer, gucken wir mal. Schön, die starke Taschenlampe. Schauen wir doch mal, ob hier nicht irgendwas Gruseliges abgeht. Uh, 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 uh. So, hinein in die gute Stube. Ähm, ich bin ja immer so ein Lichtfreund, muss ich gestehen. Ich mag Licht, Licht hilft einem, glaube ich immer. Nein, ich möchte nicht immer im ganz Dunklen sein. Dann stellt sich irgendwie raus hier, ups, da ist irgendwas und will mich jagen. Und ich habe es so dunkel, dass ich den Weg nach draußen nicht finde. So, hier wird es etwas frischer. Aber auch nicht so wirklich, ne? Ja, es sind noch gute Temperaturen. So, es ist hier mal so ein bisschen frischer. Nö, auch noch gute Temperaturen. Gucken wir mal hier drüben weiter. Oder soll das hier nicht ganz oben sein, ja? Irgendwo hier im ersten Stopp. Das wäre schon schick. Dieser Hase, dieser Hase ist überall. Ja, ich höre es. Ich höre es. Da macht jemand hier kleine Fußtrapser. Oh, das ist das Knöchelchen. Aber ich habe die Kamera nicht dabei. Aber ich kann mich schon mal merken, hier ist das Knöchelchen. Nämlich Kohle. So. Hast du hier gerade irgendwas gemacht? Ganz im Ernst, hier... Dematurmäßig tut sich ja nicht so viel. Aber die eine Kammer da ja noch das Kälteste bisher. Hier ist alles so im guten Bereich. Ich muss vielleicht doch nochmal zu der Kammer zurückgehen. Hier. Minus Temperaturen. Hab ich ja bewusst. Geisteratem. Hier, kann ich schon mal fallen lassen. Habe ich schon mal den ersten Beweis. Ich sage mal Geisteratem. Gefriertemperaturen. Interessiert mich denn der Atempunkt? Geist ist mein eigener Atem. So. Das bedeutet... Wir haben den ersten Hinweis. Gefriertemperaturen. So. Gucken wir mal weiter. Wieder noch das hier im Angebot. So. Können Sie jetzt mal so eine Kamera aufstellen. Gucken wir mal Licht an, Junge. Wie dunkel es hier ist. Mache Licht an. So. Jetzt stellen wir da oben mal sowas hin. So. Eine Kamera. Ja. Ich hoffe, die war an. Gucken wir doch mal nach Geisterorps. Jetzt hier mit dem... Oh, er war schon aktiv. Ist aber nett. Die ist noch ziemlich gut. So. Sehe ich irgendwas, was aussieht wie ein Geisterorps? Wieso wirklich, oder? Ich sehe es zumindest nicht. Hm. Okay. Ich werfe dir mal noch ein Buch rein. Was ich auch mache. Ich werfe mir das hier hin. Und, ähm. Mache mir ein Bildchen vom, ähm. Na, vom Hühnerknochen. Also ich nehme mal an, es ist so ein Hühnerknochen. Kann auch menschlicher sein. Ja, Kumpelblase. Wenn du willst. Ja, genau. Liegst doch einfach verkehrt rum hin. Schreib was ins Buch. Mach dabei ein Bild von meiner... meinem Knüchelchen. Nehmt den auch mit. Schreib was ins Buch. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Nehmen wir grad mal so ein. Weiß ja auch nicht, wie der heißt. So. Lass mal mir hier fallen. Ich muss ja auch noch ein Bild von ihm machen. Oder ihr. Oh, da ist jemand aktiv. Da ist gerade jemand richtig aktiv geworden. Weißt du, ob's? Nö. Ich sehe nichts. So. Das ist ja eine der Aufgaben. Also müsste das ja eigentlich funktionieren. Oder? Wenn wir weiß, wir würden uns mit dem... wieder... Das ist er ja. Guck mal rein. Zack. Gucken wir nochmal rein. Ich habe schon wieder nicht nach dem Namen geguckt. Ich will ihn ja auch nicht sauer machen. Bist du hier? Wie ist dein Name? Sprich mit mir. Du bist nicht wirklich aktiv. Oh. Oh. Zweirausschlag. Hier machen wir die Tür richtig auf. Und Zweirausschlag. Nicht sehr aktiv. Vielleicht redet er ja mit mir. Wie alt bist du? Ich frage mein Freund. Oh, er hat es ins Buch geschrieben. Dankeschön. So. Gilt das jetzt als erfüllt? Es ist ein Zweirausschlag. Ist kein wirklich guter Fünfer, aber es ist ein Zweier. Oh, da ist ja wohl gerade jemand richtig aggressiv unterwegs. Sieben. Gilt als erfüllt. Wurzelfixi. Geisterobst immer noch nicht. Ich sehe. Nein. Er wirft nur Dinge runter. Ich habe es genau gesehen. Das Ding stand da eben noch. So. Ähm. Was haben wir denn? Geisterbuch. Auch nicht. Wieder ein Dämon. Dämon sind so aggressiv. Jura oder Dämon. Der letzte Dämon hat mich getötet. Die töten einen immer. als ich mit anderem gespielt habe. Geisterobst sehe ich nicht. Jemand. Geisterbox. Er müsste mit mir reden. Oder Geisterorbs. Entweder ich sehe hier so einen Geisterorb. Aber ich sehe nichts. So gehe ich davon aus, es ist ein Dämon. Und ich mag Dämonen nicht. Dämonen sind gefährlich. So. Crucifix nur eins. So. Das hier kann ich wegwerfen. Das ist nicht mehr relevant. Ich könnte jetzt noch ein Bild von ihm machen. Und eins mit dem Crucifix verpassen. Müsste ich irgendwie auf den Boden werfen oder so. Dann soll mir das angeblich helfen. Aber ich weiß nicht, ob das bei Dämonen wirkt. So. So. Zack. Jo. Ja. So. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Äh. Dämonen. Ich will sich ja mal überfallen. Wenn man verlängert nicht die Gäste. Untergeister. Ja. Ich ahne es Böses. Ich ahne wirklich Böses. Das ist wieder so ein dummer Dämon. Und jetzt gucke ich nach dem Namen. Ich habe schon wieder vergessen, nach dem Namen zu gucken. So. Jetzt hat er sich gerade beruhigt. So. Wie ist der Name? Äh. Jennifer Johnson. Okay. Ähm. Mit dem letzten weiblichen Dämon hatte ich nicht so coole Erfahrungen. Jennifer Johnson. Also. Sei du bitte cool. Wie ist dein Name? Jennifer. Zeig dich. Wie alt bist du? Ich frage wie gesagt für einen Freund. Ich spreche aber auch nicht. Ist er schon hier draußen? Ja. Kann ich dir helfen? Die will nicht reden, die Alte. Ist er wirklich ein Geister oben? Ich sehe den nur nicht die ganze Zeit. Wer knarzt dir rum? Wer knarzt dir rum? Er frisst das Kruzifix. Aber ich glaube, das zählt nicht als abgewehrt mit dem Kruzifix, wenn ich das einfach nur in den Raum werfe und nichts passiert. Hm. Müsst du dich die Kamera vielleicht umstellen, dann sehe ich vielleicht ein Geisterohr. Vielleicht ist hier auch ein Jurei. Oh, nix. Absolut nix. Nö. Nö, da ist nix. Jurei. Was sind deine Schwäche? Wenn sich der Raum des Jureis aushalten... Ach, ich habe auch nicht so ein Räucherstäbchen dabei. Okay. Wir machen es so, ich stelle mal die Kamera um. Ach, toll. Da bohrt wieder irgendjemand im Haus. Ich hoffe, man hört das im Video nicht so. Meine Güte, dann tu nicht so, als könntest du sie da hinstellen, wenn du es nicht kannst. So. Renéver, ich gehe da mal. Sie hieß doch so, oder? Gott, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Sie ist so ein absolut Nonsensgeist. So einer, den man schnell wieder vergisst. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Die hieß doch Jennifer, oder? Jennifer Johnson, oder? So. Kameras umgestellt. Gucken wir mal, ob wir jetzt was Besseres sehen. Du kannst mir erzählen, was du willst. Ich sehe hier keine Geister-Orbs. Du müsstest schon längst irgendwas rumflattern. Und warum kriege ich immer nur Dämonen ab? Sagt meine Sanity 81. Könnte mich eigentlich nicht holen. Ich bin Sanity-mäßig eigentlich noch ziemlich gut drauf. Ich glaube, die töten einen nur, oder jagen einen nur, wenn man richtig niedrig ist. Sprich zu mir. Möchtest du mit einem Kruzifix abgewehrt werden? Heißt das ja? Flaschen im Kreis drehen lassen, heißt das ja? Jennifer, sprich mit mir. Guck mal, die dreht sich immer weiter, immer weiter, immer schön im Kreis. Dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-dä-däں, macht die Situation nicht weniger gruselig. Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen! Bist du ein ziemlich fauler Geist? Könnte das sein? Du bist überhaupt noch hier? Ja, ich sag mal so, die blöde Flasche dreht sich weiter, aber wer sagt mir, dass die überhaupt noch hier ist? Ich muss das ja auch hier draußen hören. Fräulein, wir haben gleich ein Problem miteinander, wenn du nicht anfängst mit reden. Du machst die Situation noch schlimmer für dich. Und für mich. Und für alle. Irgendwann gehe ich einfach. Ich gucke wirklich immer mal draußen in den Van, ob nicht doch ein Geisterorb kommt, aber der dürfte nur in dem Raum sein, wo die ist. Und da sind Geisterorbs auch in anderen Räumlichkeiten. Aktiv war sie. Man sieht's. Die war sogar... Ja, ne, die ist total faul. Die ist total faul, hier. Aktivität ist schon eine Weile her. Immer noch keine Geisterorbs. Also, ich gehe wirklich davon aus, es ist ein Dämon. Jennifer Johnson, du bist ein Dämon. Du bist ein dämonischer Dämon. Gibst du. Oh, da ist jemand aktiv. Ich sehe aber nichts. Kann ich hier... Das ist mein Van. Aber nehme. Nö. So, das ist ja hier anstrengend. Ich muss mich mal selber daran erinnern, wieder zu reden. Jennifer Johnson, wie alt bist du? Ich gehe mal mit dem Rücken zum Fenster, weil ich rausspringen will. Hör auf, mit den Farbdosen zu spielen und sprich mit mir! Oh, das Stück. Ich bin so faul. Wie alt bist du? Nix da. Mach die Tür wieder auf. Wo bist du? Wo bist du? Möchtest du nicht irgendwas sagen? Möchtest du mit mir sprechen? Über dein Verhalten, über dein absolutes Fehlverhalten? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Und schon einige Menschenleben auf dem Gewissen haben. Das türkt mich total an. Du bist faul. Ganz ehrlich, du bist faul. Geh jetzt mal mit dem Ding durchs Haus. Bist du hier? Jennifer, sprich mit mir. Bist du vielleicht hier drinnen? Möchtest du was sagen? Möchtest du? Ups, bin die Tür gelaufen. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Mädchen. Ich geh bald nach Hause. Er hat sich erlagt. Dann geh mich einfach an. Du bist ein Dämon. Ein ganz fauler Dämon. Jennifer Johnson, wie alt bist du? Ich frage mich noch mal. Könnte es noch jemand anderes sein? Also, ganz ohne Flachs. Es ist vielleicht doch ein Yorai. Und ich übersehe die ganze Zeit diese blöden Geister-Orbs. Ich meine, ich habe das Knöchelchen fotografiert, aber... Jennifer ist einfach faul. Da ist nix. Ich setze jetzt da hinten in die Ecke... Ich setze jetzt die Kamera an und stelle nämlich in den Raum rein. Vielleicht sehe ich es von der anderen Seite. So machen wir das. So machen wir das. Ich setze sie jetzt auf die andere Seite. Und dann sehe ich vielleicht einen Geister-Orb. Aber das kann nicht sein. Also, die Dinger fliezen doch eigentlich immer die ganze Zeit durch den Raum. Du bist anstrengend, Mädchen. Ja, du bist anstrengend. Nimm das Ding. So. Zack. Kamera mal da hingestellt. Gucken wir mal von der anderen Seite. Aber die Geister-Orbs, die kann das ganz nicht sein. Das muss ein Dämon sein. Hier, die ist gerade aktiv. Dass man so langsam läuft, ist auch so eine Sache. Wenn du Angst hast, müsstest du eigentlich schnell laufen. So. Sehen wir ein Geister-Orb? Ich sehe nichts. Nee, da ist nichts. Da ist nichts. Geister-Orbs wird viel... ...schneller zu sehen sein. So ein kleines Glühwürmchen. Da ist nichts. Jo, der Trolle ist ein Dämon. Ich sag's dir, wie es ist. Oh, und sie ist aggressiv geworden. Weil ich glaube, nur noch 49 habe. Ich sollte es jetzt einfach lassen. Jennifer will sich nicht zeigen. Das ist jetzt hier sehr unspannend gewesen. Aber Jennifer will sich nicht zeigen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab auch keine Lust mehr auf die. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich hab keine Lust mehr auf die Rolle. Ich versuche jetzt hier noch ein Bild zu machen. Und dann sind wir... Warte mal. Hab ich eigentlich Crucifix-Aufgabe abgeschlossen? Ist ich das richtig? Ich hab die Crucifix-Aufgabe abgeschlossen. Ja. So, 49, 48. Ich soll das jetzt langsam lassen. Geh jetzt noch einmal kurz rein. Vielleicht krieg ich ein Bild hin. Vielleicht auch nicht. Dann geh ich wieder raus. Weil meine Sanity lässt das nicht mehr weiter zu. Jennifer, zeige dich. Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Ich hab's doch mal gefragt. Aber du tust dir absolut nichts. Ich hab sie. Mist. Und sie hat mich. Ach. Alles für ein Foto. Habt ihr das gesehen? Das Krabbelfieh? Das ist ja furchtbar. Ich konnte es aber auch nicht lassen. Ja, jetzt bin ich tot. Danke, Jennifer. Du bist echt liebensgewürzig. Ich riskiere einfach zu viel. Hier. Versicherung 55. Das ist schick. Das ist schick. Kriege ich wenigstens ein paar Dollar. Gut. Ja. Das war's. Das war's. Die Jennifer. Der kleine Krabbler am Boden. Und was war's? Das war ein Dämon. Ich konnte es mir denken. Dämonen und ich. Wir kommen nicht miteinander klar. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch einen fantastischen Tag. Und verabschiede mich. Ciao. Ciao.